Nein, ich hab einfach Damage bekommen. Was geht ihr mit der Daumen-Tanon? Mein Name ist der Munderfucker Jinjang. Ach so, besser gesagt, Pitchco mit der Daumen-Tanon. Ihr könnt gerne uns auf Discord folgen, wenn ihr Bock habt, mit uns zu zocken. Link einfach in der Beschreibung wollen, dann tritt ihr unser Discord-Server bei und dort könnt ihr dann in die Rooms rein und in die Talks-Room, motherfucker, mit uns reden und mit uns zocken, wenn ihr wollt, wenn ihr Bock habt, egal wie alt ihr seid. So, Twitch-Link ist in der Beschreibung, zwei Twitch-Linkes, die könnt ihr gerne folgen, bald werden wir streamen, wenn alles gut läuft, also... ARGET EUCH! Ich hab grad Intro gemacht, also gut, Bruder, hast du schon aufgenommen? Nee, jetzt kannst du noch mal Intro machen. Ach nee, bist du faul für... Mach du jetzt. Kann ich schon. Achso. Also, dass man mich grad köplich Intro gemacht hat. Mhm. Äh. Äh. Achso, du hast grad Intro alleine gemacht, oder? Ja, dass man mal gescheit hört. Wir spielen könnt in die Jiggid Xboxe. Okay, was ist der Jiggid Xboxe? HÄ? Was ist der Jiggid Xboxe, mein? Das ist dieser große Trank da Sie geht die Büchsen Toc Toc Nee, ohne Nee, ich bin hier Ja, ich bin hier Ich habe mehr Zeit, das ist besser Okay Oh, ich bin hier Wohoo Hmm Bei mir, hier hinten, zwei E.O, mehrere sogar, ich geh High-Ground, E.O, jetzt sei Danny Der ist einer Skabett Weak, wir brauchen eine Hilfe auf jeden Fall, braucht ihr? Da sind zwei Teams, na man, wir können da eine E.O, hab ihn! Da sind die, ich sehe gar keine Da ist noch einer, irgendwo Hab ich So, das war's dann wohl Jo Hab ich mal alles so sagen lassen Äh, Biggie Biggie, hallo? Wie viel Muni habt ihr? 51 Genau, ich könnte noch ein bisschen was brauchen Wie viel? 51, du? 51 36 Ah, ich hab 92 nur Oh, scheiße! Digi, Juku, Luku Nein! Ist klar was, stimmt man halt hier nicht Okay Ey, darf ich mal ganz was anmerken, ne? Mhm Es hat sich eine Sache nie bei Cenk geändert, ne? Ja Jede Beziehung die er hatte, die Person Zu ihr sagt er, zu ihr sagt er, man hört dich nicht Weißt du Cenk? Ja, ja Ich hör auf alles sogar Krass Ja, bei ZF hat er auch mal gesagt, man hört dich nicht Ja, weißt du, dass er sich gemutet hat immer, ich mach das so Ey, es ist krass Bei Lester wundert sich immer, warum ich so kalt bin, aber das war ich bei ZF sogar noch schlimmer, glaube ich Wie beim Reden und so Ja Ne Ist meine Arzt Nein, du bist ja immer noch Ja, war schon besser Ah, das war mein Gedanke, Riko Nein Doch, das war meiner, ich hab 4 jetzt Bei mir nicht Hier oben Das war meiner, der war hier oben Ne, das war meiner, ich hab 4 Hä? Ja, ehrlich Das stand bei mir auch unten eliminierten Rot Hä? Kann ich sagen Doch, ehrlich Ich hab jetzt 4 Dann haben die beide von einem Den Kill bekommen GG, Alter Geist ist krank An welcher hab ich den Kill bekommen? Vielleicht hat die auch jeweils Einer hat einen anderen gemacht Vielleicht bist du auch mal leise Spaß Die kommt schlecht Oh mein Gott, ey Riko, du gibst dir sofort was ab Geist ist krank, wie du mir Muni abgibst, geist ist krank Hä? Warum kann ich mit Z nicht Kai in Arm und Nacken Auf Englisch ist das du? Ach, scheiße Danke für die Info Digga, was für MP Muni Ach so Ach, Arm und Nacken Besser, beim nächsten Mal ein bisschen schneller, jetzt hättest du kurz gestreichelt Oh ja Oh 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 Super Bevor die anderen noch sind Oh Ach Mann, warum sag ich mal Z11? Weil ich dabei bin Digga Langsam 11 Nummer 1 Na Langsam nimm ich's ernst Komm, da leise, bevor du einen Kopf schluss kriegst Nee, 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 nee Die macht einfach Zeit über den Jubsen Du hast die Schlampe viel mehr geliebt als mich Boah Nun 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 Um Bigi Da hängen aber auch sieben Jahre hinterher, ne Das ist mir scheiß geil Scheiß geil Unge 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 7 Jahre, er rundet sogar noch ein Jahr auf der Peach das waren sieben ja oder nicht? sechs, nicht mal doch, fast sieben knapp sechs schatz ich weiß genau wann euer jahrestag war 19.01 wann genau welches jahr? vor sechs jahren 2018 haben wir eine wohnung gefunden 2017 war das 17, ja? ja und sind sechs jahre fast sieben sechs ok sechs, machen wir fünf draus ne, ne, sie hat echt ja doch, fünf sind sechs, fast sechs ich weiß es genau, weil die Hure immer sagte oh, wir sind sechs jahre zusammen am 19.01 ja, und jetzt hängt der Schwanz neben dem anderen drüben ja, ein tag später ist unser Tag, alter hör auf damit, bitte ok ok dran zum vas ein ne ah f*** 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 Lass uns den Hälfte stehen Danke Danke Oh 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 Danke Oh Danke Also du musst ehrlich sagen Den einen ne den hab ich ja Schon so krank Auseinander gepflegt wie Bauteile meinst du Mehr mehr heißt das Bauteil In den Arsch gefickt Den hab ich ja Schon bei der Fahrt hab ich den Loller Richtig so Oh da ist noch ne Krone Ja Weißt du heut Schmein Weißt du heut Schmein Könnt ihr mir nicht gefallen tun Ja man Mitkommen Wenn ihr fertig seid mit euren 30 Jahre looten dann Ja Rico was machst du Ist ja aber auch kum Mitbar Du bist richtig Und andere Andere Genau Genau Ist richtig Super Super gemacht Das geht. Jiggy Choco, Jiggy Choco Jiggy Choco Jiggy Choco Das ist ein Lami Das ist ein Lami Ich hab das erst gesehen Ne, das ist aber nicht markiert Mein Obwohl ich sag mal so keine Zeit dafür Schatz, du weißt, dass du da einfach rumstehst Weiß? Ja, ein Moment Du musst doch wissen Das gehört dazu im Leben, dass man kurz weg muss Und die Leute das genießen wollen Wenn man auf Klo muss Verstehen? Kennst du? Kennst du? Kennst du? Kennst du echt? Kennst du dies? Kennst du? Kennst du? Armin? Ich hab dich Choco Boogie bei mir, ne? Meinst du Boogie? 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 Ich komm zu euch, Brass Was? Macht euch keine Frage Hier sind Footsteps Substep? Kenn ich Hab ich Hier Kann ich nicht Er hat auch nur Krone, Geisteskrank Hier ist er, jetzt habe ich ihn gesehen Dann zwei, dann zwei Du musst nicht so oft Du darfst nicht so offen stehen Ach, da ist noch einer Einen hab ich Pushen, pushen, pushen Jiggle Jiggle Hä? Oha Coreldown Coreldown Alle drei geholt, Digga Sehr schön gemacht, meine Brass Super gemacht, Kid Wieder beliebt mich auch, geht schneller Ja Willst du die haben? Ne, alles gut, ich kipp dir ein Chigi Ah, ich muss den selber trinken, tut mir leid Ich hab die Oh, die brauchen Hilfe, Maurice Hab, hab, hab Ho, ho, ho Hab, hab, hab schon geregelt, ich hab geregelt, Bruder Hast du den gekillt? Ja, ja, ich hab geregelt, alles gut, Bruder Sexy Wie viele kill hast du da dann? Ich hab, äh, zehn Ich hab auch zehn, Bruder, geil, das ist klar Einmal zusammen 20 Kills Hier, äh, Munition viel, oder? Äh, 530, ja Oh, ich Geil, nur 160, ich würde mit Jack teilen Ja, dann mach mal Jack Äh, bei Jack sind immer welche Das sind die letzten übrigens, es ist nur noch einer Both? Ja, ja, nur noch einer Wie? Ey, Rico, gönntest du mir Einmal noch mehr Kriter zuhabe? Einmal im Leben Mach einen Mal im Leben Äh, Bruder, du bist besser Geh, 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 geh Ja, Dicke Ja, Dicke Ja, Dicke Ja, Dicke Hast du den bekommen? Du, okay, das Reimspiel, geil Zehn Kills, aber mit Nasszucht und wiebischer Sieg Zwei Stück haben wir jetzt schon geholt, geil Was ist los, Alter Ja, tatsächlich Zeugschrücker Ja, ich habe viel, ich habe viel